Steuerrazzia bei deutschen Banken Steuerfahnder durchsuchen in einer bundesweiten Aktion mehrere Wohnungen und Geschäftsräume von insgesamt elf Bankinstituten. Im Fokus der Fahnder steht eine Gruppe reicher Privatpersonen, die im großen Stil Steuern hinterzogen haben sollen. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, haben Ermittler am Morgen eine bundesweite Razzia gestartet. Im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt die Wohnräume von acht vermögenden Privatpersonen, sowie Geschäftsräume von elf Banken, Steuerkanzleien und Vermögensverwaltern durchsucht. Die Behörden haben die acht Personen im Verdacht, mithilfe einer ehemaligen Tochtergesellschaft der Deutschen Bank auf den britischen Jungferninselngesellschaften in Steuerhasen gegründet haben, um Kapitalerträge vor dem deutschen Fiskus zu verbergen und somit Steuern hinterzogen haben. Vielen Dank.